Gold Kingsway! Wo habt ihr's versteckt? Das werdet ihr nie erfahren. Nach zweijähriger Pause erleben sie jetzt den Höhepunkt einer berühmten Serie. Den Brief her! Na los, schnell! Blech im Brief! Den Brief fürs Gericht, wo das Gold ist! Von Millionen erwartet endlich wieder ein echter Karl-May-Film. Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten. Die unsterblichen Helden, der weiße Trapper und sein roter Blutsbruder, der Häupte ihn im Kampf gegen die goldgierige Banditen. So, mein Freund, da hast du einen Anteil! Es ist ein gewagtes Spiel gegen eine solche Übermacht. Aber die Freunde sind nah. Die hier sind zurückgekommen und dann sind alle da lang weitergeritten. Und wenn ihr euch irrt? Ich irre mich nie, wenn ich mich nicht irre. Komm! Schrecklich! Immer diese Abenteuer! Es gilt, das Versteck eines riesigen Schatzes zu finden. Winnetou hat es geahnt. Das Gold ist im Tal der Toten verbaut. Winnetou kennt den Weg. Ein gefährlicher Weg. Überall lauert der Tod. In diesem Film geht es Schlag auf Schlag. Über den Verbleib des Goldes wissen wir nichts. Nun, dann werde ich Ihnen jetzt sagen, wo das Gold ist. In Mexiko! Ich bitte das Gericht, mir die 60-Tage-Frist zu geben, bevor ein Urteil über die Ehre meines Vaters entscheidet. Aber nicht eine Minute länger! Sonst schneiden wir dem Tächterchen das hübsche Hälschen durch. Ein Mädchen kämpft für die Ehre seines Vaters. Noch nie war der Wilde Westen so wild. In eine geheimnisvolle Welt führt sie der Film Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten. Das Meisterwerk eines berühmten Regisseurs mit der gesamten Karl-Mai-Star-Besetzung. Winnetou und sein weißer Freund. Man nennt mich Old Shatterhand. In einer wildromantischen Landschaft erleben sie ein dramatisches Geschehen. Ich habe Angst. Ich zähle bis drei! Eins! Zwei! Sag du, wildes Feldkaninchen, du, wann wirst du deinen süßen Sam hören? Heute Nacht! Heute Nacht! Heute Nacht! Oder nie! Armer Sam Hawkins! Schichtwani! Der Gegner ist übermächtig. Da bleibt nur noch eine Hoffnung. Lord Castlepool. Ich muss hinaus in den wilden Westen. Ich will eine noch unentdeckte Pflanze finden, die meine Namen tragen soll. Im Zweikampf setzt Winnetou sein Leben ein. Eine weiße Frau wird am Marterfall sterben, wenn er den Kampf verliert. ein knallharter Western. Noch spannender, noch erregender, noch mitreißender, noch mitreißender, ein Wettlauf mit dem Tod. Wir zwei noch leben ist ein Wunder. Gegen Bären-Töter, Silberbüchse und Henry-Stutzen können wir nicht viel ausrichten. Die Waffen sind besser als unsere. Ein echter Karl-Mai-Film, voll Romantik und Humor. Ein neues, spannungsgeladenes Kino-Abenteuer. Das Gold! Wo ist das Gold? Wo ist das Gold? Ein Karl-Mai-Film nach ihrem Herzen. Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten. Die Helden des Wilden Westens erwarten sie.